Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Gestern hat OnePlus die neuen OnePlus Buds Z2 vorgestellt. Der sozusagen dritte Versuch bei den kabellosen Kopfhörern. Wir hatten ja zuerst die OnePlus Buds, dann die OnePlus Buds Zs und jetzt versucht man es sozusagen zum dritten Mal kabellos mit dem Z2. 100 Euro kosten sie mit ANC und ich habe jetzt hier eins von den Presse-Samples und wir gucken mal rein. Vorbestellbar sind die glaube ich erst ab nächster Woche, also so wirklich ganz knapp vor Weihnachten. Und wir packen sie mal raus und dann gucke ich auch, dass ich mal eben reinhöre und schon mal was dazu sagen kann. So, auf der Rückseite gibt es nicht viele Infos, außer dass ich die hier in weiß habe. Made in China und ja, mehr Informationen gibt es eigentlich. Ach doch, guck mal, an der Seite steht das ganze Zeug. 40 Dezibel Noise Cancelling, Mikrofon Noise Reduction, also wahrscheinlich beim Telefonieren, 38 Stunden Akkulaufzeit, 10 Minuten laden, bringt 5 Stunden hören. IP55 wasserdicht, also für die Urhörer, ich glaube IPX5 fürs Case und das war es. Ansonsten noch Bluetooth 5.1, äh 5.2 als Hinweis. So, die rot-weiße OnePlus Box auspacken und uh, mal wieder eine neue Case Form. Diesmal wird das Ganze langgezogen. So, gucken wir mal. Das ist aber hier schon vom Volumen deutlich, deutlich gestiegen als vom Vorgänger. Nicht in der Breite täuschen lassen, also das Volumen, ja doch, deutlich größer. Hm, was die Konstruktion soll, dann bin ich jetzt mal gespannt, aufklappen und dann haben wir relativ lange Stäbchen mit in-Ear-Dinger. Das erinnert mich so ein bisschen in die, gut, hier nicht mit der Touch-Fläche, das jetzt nicht, aber diese Größe von der Konstruktion, das geht so in die Richtung, was Huawei mit den Freebuds Ease immer macht, ne, 3i, 4i, so von der Größe. Und jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie rum sie reinkommen. So, ich hole sie so raus und dann so rum reinlegen. Nein, das ist wieder, ja, gut, die Magneten flutschen es gut rein, aber ich glaube, von der Konstruktion oder vom Reintun wäre es andersrum besser gewesen. So muss man das immer so rumdrehen. Gut, was nehmen wir sonst noch beim Case, außer einer LED-Anzeige, L und R. Okay, und dann, ja, USB-C auf der Rückseite, was verbirgt sich sonst noch in der Box, Buds4Life, auf jeden Fall, eine Verpackung ist schön. Also da muss ich mal sagen, ne, das ist wieder runplus durchgebrandet und nochmal der Hinweis, enjoy your Buds, na, schön gemacht. So, der eine oder andere sagt natürlich, was will ich denn mit der Verpackung, ich packe die einmal aus und das war's. Ja, aber so ein Verpackungs-Auspackungserlebnis gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Wir haben Aufsätze, lose im Beutel, kann ich mir dann zusammensuchen, wahrscheinlich M dann drauf, S und L in der Verpackung. Ich sage ja immer, ne, ausprobieren, unterschiedliche Seiten, links und rechts, ANCs, äh, In-Ears müssen vernünftig abdichten. Wir haben ein USB-A auf USB-C Ladegerät, nein, nicht Ladegerät, Ladekabel. So, das war's und dann gibt's Kleingedrucktes, Kleingedrucktes und zweimal, zweimal, let's get started, ah, Safety Informations und nochmal ein User Guide. Moment, äh, User Guide. Haben die das zweimal reingedruckt? Ne, das ist ein Druckfehler. Ja, haha, dass da nochmal User Guide draufsteht. Nein, das ist auch wieder nur die, naja, das Kleingedruckte Sicherheitszeug. Das hier ist das, was wir wollen. Uh, sogar in Bunt und Farbe. Touch Area erklärt, LED erklärt. Ah, Setup-Taste, die habe ich eben nicht gesehen. Auf der Rückseite, A für das Bluetooth-Pairing, egal mit welchen Geräten, also ganz normale Bluetooth-Kopfhörer. So, dann Anzeige, auch über Bluetooth. Die Aufsätze werden erklärt. Dann die Hey Melody-App, mit der man die ganzen OnePlus anpassen soll. Anpassen soll, OnePlus plasst an, ja. So, Bedienung, einmal drücken, zweimal drücken, dreimal drücken. Sehr schön, okay. Bin ich mal gespannt, ob man die dann später auch in der App noch ändern kann. Noise-Country-Drücken und Other Functions und dann wieder reinpacken und aufladen. Gut, vom Aufladen wird nur USB-C angezeigt. Dann sage ich jetzt einfach mal, klar werde ich nur ausprobieren, aber kein drahtloses Laden. Dann setze ich sie mal ins Ohr rein. Okili-Dokili, ein bunter Strauß des Kurztestens. Schön, also erster Eindruck jetzt, schön. Vom wichtigsten erstmal so, vom Klang. Ist ein solider Klang. Ich habe jetzt gerade auch ein bisschen, was soll man sagen, basslastiger. Ja, ne, jetzt schon wieder weg. Na toll, nein, ich will hier nicht mit Karaoke singen. Bass Hunter jetzt am Ende nochmal gehabt. Da kam auch was raus. Also ich bin gerade positiv überrascht. Meine Erwartungen waren mal wieder klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so vom, ne, wenn ich jetzt überlege, ne, wir sind jetzt bei 100 Euro ANC plus Bluetooth. Wenn jetzt das ANC noch was taugt, warum eigentlich nicht? So, wie gesagt, nur allererster Eindruck. Aber es zu tun hat gerade gut gefallen. Ich habe eine Tragererkennung. Funktioniert nicht ganz super duper schnell, aber rein, raus, eins, beides zusammen wieder reinstecken, läuft. Dann habe ich jetzt auch fix ganz kurz, wie gesagt, alles erste Eindruck. WhatsApp Sprachnachrichten. Immer ein großer Knackpunkt bei den ganzen Dingern. Da kam gerade eine brauchbare Qualität bei raus. Gut, das war jetzt hier auch im leisen, stillen Kämmerlein. Aber es reicht ja vielen schon, wie die Dinger dann beim richtigen Telefonieren abschließen, abschneiden. Wie dann unter normalen Audio- und Rauschumgebungsgeräuschen oder sowas kommen wir noch zu. Noise Cancelling kann ich hier nicht wirklich testen. Was ich aber sagen kann, hören, tue ich hier weder ein Grundrauschen beim Noise Cancelling, noch habe ich hier so irgendwie ein Gegenschalldruckgefühl. Nehme ich jetzt mal als positiv. In dieser Hellmelody App, da tauchten dann auch, kann ich auch problemlos die Kopfhörer hinzufügen. Sehe dann die Übersicht, habe auch nochmal Einstellmöglichkeiten, maximale Geräuschunterdrückung, normale Geräuschunterdrückung, Aus- und Transparenzmodus. Wobei, ah, ist gerade transparent. Das wollte ich jetzt sagen, jetzt rauschen sie doch. Das war aber vom Transparenzmodus, kurz nochmal. Nö, höre ich nichts. Ne, also deswegen, so für das A&C arbeitet oder halt nicht arbeitet gerade. Ich habe noch eine Sitzprüfung, sehr angenehm von der Melodie. Normalerweise hört man da sonst was. Hier ist es ein Glockenspiel. Um euch nochmal zu helfen, dass die richtig sitzen. Und dann habe ich noch die Urheuersteuerung. Und das ist jetzt wieder enttäuschend. Denn ich kann beide Seiten zwar einrichten, aber ich habe nur im Endeffekt vier Kommandos. Gut, fünf, wenn man aus mit reinrechnet. Ansonsten Pause, Play. Nächstes Lied zurück, wobei das nicht funktioniert. Und Sprachassistent. Vielleicht kommt ja noch ein Update. Aber aktuell ist es so, Lied zurück. Funktioniert halt nur, bis sozusagen Lied nochmal neu starten. Und wenn man dann nochmal zurück macht, springt er halt nicht zurück. Lied weiter geht, aber Lied sozusagen zurück. Gut, sie sind ja noch vor Start. Da soll noch zum Start, soll da nochmal ein Update kommen. Ist ja nur erster Eindruck. Warten wir mal ab. Aber was bisher so schade ist, ich habe keine Lautstärkensteuerung. Bei den Dingern, obwohl die Kommandos eigentlich da waren. Drei Kommandos pro Seite plus lange gedrückt halten. Und dann gibt es noch länger gedrückt halten für Geräte wechseln. Also anscheinend Multi-Device-Support ist auch an Bord. Also, andersrum. Für 100 Euro. Erster Eindruck. Ja, ja. Aber das ist ja nur erster Eindruck. Noch nicht Test. Aber, ach ja, und Einrichtungen. Ich habe mir jetzt einfach hier im Pixel, bin ich gerade auf dem Trip nochmal kurz gewesen. Android 12 drauf. Poppte sofort auf. Sollte bei Android gar kein Problem sein. Natürlich werde ich auch noch hingehen und die Dinger unter iOS testen. Das auch. Und noch mit Rechnern und mit Tablets. Bunter Blumenstrauß, was da noch kommen wird. Aber, ich bleibe dabei. Erster Eindruck. Ich denke mal, jetzt zum dritten Versuch könnte das vielleicht bei OnePlus jetzt wirklich was werden. Wäre ja auch schön. Dann wären wir so, warum auch nicht? Also klar, schön, dass wir dranbleiben. Aber mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.